Aaron Rodgers ist für immer ein Teil der sieben Königreiche von Westeros. Der Starkwater-Bug und bekennende, super Fan, der Serie, Game of Thrones durfte in der vorletzten Episode mitspielen. Der ZN gratis testen und die NFL live. Bundesliga nach HSV-Debakel, so geht es weiter Fußball, Bundesliga Robben spricht über Guardiola-Zeit-Fußball. Bundesliga HSV, Top-Spiel gegen den Absteiger. Fußball, 2. Bundesliga Frankfurts Horrors, Szenario im Finisher-Sport, N, bei Superteam, Droh, der Blitzzerfall, der zweimalige MVP twittert über fast kein Thema so viel wie über die erfolgreichste Serie des US-Senders HBO. Zuletzt posierte Rodgers im Fellmantel und mit dem Schwert auf dem Rücken vor dem eisernen Ton und warb für mehr Zuschauer, Let's Block Ads. Why?